Das Basteln mal was schönes Okay Herzlich willkommen zur Bastelstunde mit kleiner Tom Ja Mach ich so, dann ist das nämlich kaputt Ich meine dann mach ich so, dann ist das nämlich kaputt Okay, dann du hast du Basteln Ich hab keinen Bock Bei mir ist das sowieso viel schön Vor allem weil du trist WUAHUHU Oh, Surfen Nein 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 Ihr sitzt so getaut, ob du es kaputt machst Ja, ich bin auch so schlau Ja, Romy, komm doch hoch Ich kann das gar nicht mehr mit dem Frostfallen kaputt kriegen Ich weiß Deswegen hab ich dir auch keinen Feierpfeil gegeben Pass auf, da ist ein Einfach deinen Mund Jetzt Ich darf jedes Mal reinfetzen Das Loch macht einfach eine Brücke rüber Nein, das ist kein Outtake So, also, nein Macht einfach eine Brücke rüber Oh, mein Name Also, okay, warte Das geht sogar nicht Warte, okay Ich mach das schon von hier unten Na also Und da ein Loch ist, soll ich einen Doppel machen So, jetzt stellst du da Machst du nochmal eine Hahahaha 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 Wie geil du rumlaufen willst Hahahaha 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 Wer springt jetzt? Hahahaha Hahahaha Oh, daneben Jetzt bist du dran Hahahaha 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 Zaubern Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Zauberstunde, äh, bei der Bastelstunde mit Lena Tom Wir zeigen euch heute, wie man eine Brücke bastelt Und sie kannst einfach da jetzt ein Cube unterlegen, weil er wird da von dem Wattes Strom hochgemacht oder? Hahahaha Hahahaha Dennis, dann kannst du doch nicht leicht da mit der Brücke Hahahaha 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 ACH JA Ich hab vergessen auf Pipi-Pause zu gehen. Auf Pipi-Pause zu gehen. Okay, ich... Bitte machen Sie das zu Hause nicht nach. Das ist lebensgefährlich. Das mach ich zu Hause auch immer. Ich bastel immer solche Brücken und dann fall ich immer runter. Oh, das ist nice, oder? Ich hab den einfach nur hochgeschossen. Das ist eigentlich der Popeng. Darf ich jetzt bitte weiterarbeiten? Genial. Jetzt machst du mal einen Q hin. Ah, ich will ne Brücke bauen. Ja, das klappt ja mit deinen Brücken immer. Weißt du, dann müssen wir uns immer hochpacken. Ich hab keinen Bock. Ne, mach da jetzt n Q hin. Nein, vielleicht nicht. Willst du n Q haben? Okay. Siehste? Das machst du da. Achtung, Loch! Achtung! Das machst du da ne lange Leiter rüber. Ne lange. Ja, und tschüss. Ne lange Leiter. Warte doch. Ne? Ne. Nee. Mach das jetzt da ne lange Leiter rüber. Mach jetzt da ne lange Leiter rüber. Mach jetzt da ne lange Leiter rüber. Mach jetzt da eine lange Leiter rüber! Mach jetzt eine lange Leiter rüber. Du weißt ja, wenn da jetzt ein Loch ist, oder? Ja, und das ist aber egal. Bumm. Der ist eine lange Leiter. Ja, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Geht doch. Okay, komm. Nee, warte rein. Du bist doch so ein Bub. Lass mich den Zauberer sein. Ja, was war das jetzt? Hat er echt geklappt? Muss einfach eine lange Leiter hin. Und dann fällt es einfach. Und tschüss. Wie komme ich jetzt hier hoch? Achtung, Lo- Ja. Ja, halt und halt und halt, ich komme zum Let's fail in Minecraft. Oh, einfach das halt los. Terraria, Minecraft, alles da, nur kein, äh. Oh, das war, was weiß ich nicht. Nimm die Ver... Ne, ja. Leumann, mein, mein, mein. Verwürst du mir gerade aufgeblumpt? Aufgeblumpt? Ja, meine. Ja, okay, komm. Geronimo! Bleib aufstehen. Hast du es gekriegt, das Ding? Ja. Ja, nice. Ja, super, wie komm jetzt wieder, lass mich mal Zauberer. Okay. Dafür siehst du es, ne? Wie du am failen bist? Ja. Ja. Dann kann ich nur später auch ne Aufnahme, aber dann ist es ja vorbei. Hoffe ich. Ich würde am liebsten noch durchspielen. Ja, wenn du dich, wenn du es schaffen würdest, jetzt hier hinzukommen. Jetzt mach ich viel einfacher. Ne, ich muss ja auf normal stellen. Und ich bin einfach so blöd und lauf daran vorbei, statt mich da unten in das Wasser teil zu stellen. Warum sollte ich? Wenn du in die Blume endlich kommst? Äh, das ist doch schon die Blume, du Bomm. Nein. Ich hab dich doch schon wachsen lassen. Ach, du bist doch ein Vogel, jetzt geh da oben rein. Jetzt geh da oben rein. Erstmal mal Zeug da oben holen. Nein, es geht da oben rein. Wo bist du denn, wo? Jetzt musst du da oben rein. Dann hole ich jetzt Wasser runter, ich weiß. Jetzt hol ich dir das Wasser. Jetzt wächst hier ne Blume. Ich hab dir schon vorher schon wachsen lassen. Aber das Leute, siehst du. Oh, im Jida wächst ne Blume. Wo wächst hier ne Blume, bitte? Bei mir wächst da grad eine Blume. Bei mir ist sie schon gewachsen. Ja, weil du die aktiviert hast, wo ich nicht da war. Achso, jetzt kann ich mich verpassen. Ich bin den ganzen Tag hochgegangen und hab dir das ganze Zeug schon geholt. Ach, ii, okay, warte. Lol. Lol. Was? Hör doch mal auf, das Teil zu bewegen. Mach ich doch gar nicht. Nein, immer wenn ich springen will, geht das Teil runter, ist klar. Jetzt. Na also. Bin da. Bin da, wer noch? Ich, aber du nicht. Ach, ich mach mich direkt mir an das Ding rein. Auch hier sieht schon wieder so böse aus. Au, hast du, das hat mir grad voll in die Fresse gehauen. Au, tot. Ich halte den da hinten auf. Wir können uns wieder was leisten, warum stirbt er nicht? Aber von der einen Seite kommt jetzt nichts. Ist er tot? Ne, wieso nicht tot? Oder, oder zappelt das bloß seine Leiche? Boah, ziemlich. Ich glaub, das ist seine Leiche. Boah. 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 Ja, das ist lustig, oder? Ja, tot. Experience. 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 Warte mal kurz, was, wir können noch was, gern noch warten wir noch. Wow. Alter. Ach, ich bin da gerade hochgeglitscht. Kann ich da hin? Nein, du bist zu fett. Du kommst da nicht hoch. Oh, kommst du doch. Also scheiß ich jetzt total scheiß Idee? Oh, ich schaff das sogar. Wir müssen nochmal zurück, weil da waren ganz viel... Na, wir müssen nochmal zurück, ich bin wieder nach unten gefallen. Alter. War das gerade Skill? Batman, ich spring drüber. So, ich hab mich alles aufgesammelt. Nice. Okay, weiter geht's. Ich bin hier auch in den Stachen rein. Danke, weil du das Rad für mich auffällst. Bitte. Na, ich bin jetzt wirklich runter. Weißt du, mit dem fettesten Charakter jumps da überall rum, ne? Let me wachsen. Hey. Ja. Geh mal da runter. Den Cube da wegschieben, damit wir das Wasser durchlassen können. Nice, komm. Ach, warte mal, ich glaube, ich hätte das da runter. Und hör. Du könntest aber das Teil mal gerade machen. Wenn ich mich da drauf stelle, sollte reichen, oder? Genau. Oder das andere. Äh, das musst du dann denken. Okay, warte. Jamal, dann geh ich so. Und so. Klappt es, klappt es, klappt es, klappt es, klappt es, klappt es. Oh, ich muss pipi, oh. Das war die übelste Konstruktion, aber es klappt. Ich hab vorgemacht, ich hab hier viel gemacht. Dusch dich heutzutage, genau. Oh. Wir stinken doch alle und. Wir sind Gamer. RTL World. Nels Schuhe Pappen Landau ist doch noch mal eine Gäste hatten Prozent immer an die Seite und ich kann ihn nicht verliebt in die Aufwand Geh mal an die Seite da Oh du bist aus der Hälfte! Ja Bob! Aua! Ja du sollst ja erst an die Seite gehen Ich hab irgendwo Experience bekommen So jetzt Tauschen 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 Nicht, kann selber hüpfen So ich nicht mehr Okay doch ich komm wieder Du bist ja Bob du kleiner Wichser Ich darf das gar nicht sagen oder? Nein So Tschüss Wir müssen jetzt fahren Oh Wuhuu Ja Ich glaube Oh nein Hallo Riesenkobold Ja ist klar Ja Ich kann gar nicht Kannst du steuern? Steuerst du irgendwen? Ja ich steuer die Tossi Lol Jetzt nicht mehr Ich will gerne den Hebel mal betätigen Gucken was dann passiert Ich fecke den gerade Sowas sagt man nicht Ich wärs den Hebel betätigen Auch Doch fast tot Ich bin ganz sicher nicht Ich bin ganz sicher nicht Halt ihn fern 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 Das klappt ja Stierb Ist doch schon ein bisschen anspruchsvoller Ja ich will aber gerne den Hebel mit den Dinger Ja er steckt da drin Oh Halt ihn fern Das geschafft Wer die Hexe Ich hab meinen Ton aus Ich weiß nicht was er gesagt habe Die haben... Die sind mit dem Knochenbrecher fertig Aber mit der Hexe werden die nicht fertig oder sowas kam da Die Hexe dachte Die Hexe dachte Oh nein, das ist das Eklige. Was denn? Moment, das ist das Eklige. Das ist aber nicht das Endding schon, oh nee. Achso, nee, das ist das mit den Stelzen. Ach, geil. Ähm, schau auf Spocker zu machen. Das ist total, Assi das Teil zu steuern. Oh, genau darum. Wuhu! Okay, mach du das mal, ich will nicht. Okay, mach, du gerne machen. Das dauert halt ein bisschen, aber naja. Ja, in der Zeit kann ich mir mit Ruhe, ne, Kippe machen. Tolles Vorbild. Ich darf das. Ich bin auch zu nicht genau alles. Hey, das hat er von Gravelpitt geklaut. Ja. Na, du bist erst vier. Ja. Nein, du hast auf sowas zu sein. Nachher glaubt die Leute, das ist noch ja auf. Wie, du bist erst vier. Äh, okay, nochmal zurück. Wuhu! Wie, nochmal, hast du da oben den Dinger? Ja, aber keine Ahnung, wie der ganz oben reinkommt. Stell das Teil mal komplett gerade, dass beide Beine fast aneinander sind. Versuch's nur, dann kippen wir in die falsche Richtung. Oh nein! Er kippt doch den anderen. Ich kann nicht, ich halte ein Bein fest, als würden wir jetzt nach hinten kippen. Oh, du bist ein Arsch, weißt du das? Wui! Nein! Oh, wie hell. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, dann zippt er hoch und dann mach nochmal einen Jump. Ja, äh. Warte, ich mach dir unten mal Sicherung hin. Wui! Du bist doch nice gebaut, komm! Ja. Äh, äh, das hat keiner gesehen. Das kann man vergessen, so, und das ist mir zu gefährlich. Okay. Äh, ihr bräuchtes mal ein Checkpoint, weil ich will da nicht hin. Ähm. Checkpoint? Ne, kommt zu. Oh nein. Ach, das ist ein Schwein, okay. Oh, mir ist ein Loch, zwei Löcher. Äh, äh. Ein riesengroßes Baumhaus. Eher ein Baumschloss. Alter, Screenshot. Ach, der Train könnte uns besser mal an einen netten Stern bringen. Gehen wir rein. Der wär ich auch für. Ach, du hast den Tungel nicht an, ne? Ne. Ähm, bisschen, aber ich, ich hab's so leiser gemacht, weil ich hab mein PC, äh, den Tungel mal am PC laufen lassen, und nur nicht alles in echt gefördert. Äh, hoch, ah, das ist kein Nassler, das ist, ja, ja, das ist, weiß ich noch, das war cool. Da war so, ich glaub, hochlaufen durften wir nicht, oder? Ja, ich seh's doch irgendwas in die Fresse gelaufen. Jetzt bin ich da. Gehen wir runter. Moment, grad ein Tabak zur Seite und... Ne, runter kann man gar nicht, weil. Ich bin den Schatten geil. Schatten ist echt genial. Einfach geradeaus. Ach ja, okay, warte, warte, das kann ich noch, oh, 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 nee, das war das erste Level, wo wir, glaub ich, richtig lange gebraucht haben. Das ist alles scheiß feier. Ach ja. Ach ja, man darf ja nicht drinstehen. Ach, warte mal, welcher, äh, Schatten bin ich denn eigentlich, aus so der hier? Ähm, tschüss. Nochmal, bitte. Warte mal kurz, äh, hier war grad irgend so'n Viech, ähm. Ähm, kannst du noch ne lange Brücke da drauf machen? Also, warte mal, nein, warte, ja genau. Oh, nicht jetzt auf mein Kopf springen. Ich hatte's grad mit meinem Kopf, das tut bestimmt ein bisschen weh. Nicht, ich bin Ninja Action. Oh, das hab ich einfach so drüber. Warte mal, warte mal, geh mal noch, schau mal. Angst, du, noch ein Cube, geh mal. Ach, warte mal, das ist schwer. Okay, warte. Ja, hättest du jetzt da, glaub ich, weggefallen. Komm schon, ich will das. Ja, Mom. Yo. Essen? Ja. Aber... Ich weiß, ich hab ja grad, dass der eine Teil da geholt. Hast du beide schon? Nein, nur den einen, aber den anderen können wir auch noch grad versuchen zu holen. Versuchen. Oh nein, 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 nein. Lol. Wir müssen da jetzt wieder rausbekommen. Ich bin hier glitcht, ja. Gleichgill-mäßig. Boah, geil. Okay, warte. Und lauf hoch. Ja. Au, du bist irgendwas. Da kommt man gestoßen. Äh, können wir eigentlich, wenn wir im nächsten Checkpoint wieder laden, wie war das? Ja, schon, oder? Da können wir rein theoretisch hier Pause machen, wir können auch einfach, äh. So, Pause machen, indem wir auf Spielmenü machen, und dann, ja, okay, Spielmenü. Ja, aber ich weiß, ob ich bin, noch mal starten, auch ich speichern. Wo du mich eigentlich drüben an sagtest. Ja, ich spreche mal. Es gespeichert. Ich stehe auf deinem Kopf. Au! Ja, Leute, wir sagen, äh, bis, bleich. Ja, bis später gleich, also für euch, Josef, wahrscheinlich bis gleich sein, oder bis zum nächsten Part, mal sehen, wie ich das schneide. Äh, wir sehen uns wieder, euer kleiner Tom und Akko. Tschüss.